In Bälde kippt dann alles und das Klima kippt und alle kippen wir. Is lieber mal ein Schnitzel und ein Fleisch als lauter veganes Zeug und Cannabis. Wenn unsere Eltern und Großeltern die Straßen nicht geteert hätten, dann könnten sie die heil gar nicht hibicken auf die Straße. Ich glaube, dass die CSU nicht anders kann als mit den Freien Wählern zu regieren. Wenn sie mit den Grünen regieren würden, dann würde sie sie zerreißen. Also insofern, die müssen mit uns regieren und wir wollen mit ihnen regieren, passt ja.